Martins erster Flug Martin, ein 28-jähriger Ingenieur, hatte ein ungewöhnliches Geheimnis, er hatte noch nie in seinem Leben geflogen. Nicht, weil er nicht die Gelegenheit dazu hatte, sondern weil er panische Angst vor dem Fliegen hatte. Jedes Mal, wenn die Möglichkeit bestand, eine Reise mit einem Flugzeug zu machen, fand er Ausreden oder wählte alternative Reisemöglichkeiten wie den Zug oder das Auto. Seine Freunde und Familie konnten es nicht glauben und versuchten immer wieder, ihn zu überzeugen. Aber Martins Angst war so tief verwurzelt, dass er alle Argumente ablehnte. Er hatte von Flugzeugabstürzen, Turbulenzen und anderen Horrorszenarien gehört, die ihm schlaflose Nächte bereiteten. Eines Tages erhielt Martin jedoch eine Einladung zu einer wichtigen Konferenz in New York. Dies war eine riesige Chance für seine Karriere, und er konnte sie nicht einfach ignorieren. Aber es gab ein Problem, er müsste fliegen. Seine Freundin Lena, die seine Flugangst kannte, schlug vor, dass sie gemeinsam einen Kurs gegen Flugangst besuchen könnten. Martin war skeptisch, aber er wusste, dass er etwas tun musste, um diese Gelegenheit nicht zu verpassen. Der Kurs dauerte drei Tage und beinhaltete sowohl theoretische als auch praktische Übungen. Sie lernten alles über die Sicherheitsvorkehrungen von Flugzeugen, die Mechanik des Fliegens und sogar die psychologischen Aspekte der Flugangst. Am letzten Tag des Kurses stand der entscheidende Moment bevor, ein kurzer Flug in einem kleinen Flugzeug. Martin war nervös, aber Lena hielt seine Hand und erinnerte ihn an alles, was sie gelernt hatten. Als das Flugzeug abhob, spürte Martin die Aufregung und das Kribbeln in seinem Bauch. Aber anstatt in Panik zu geraten, atmete er tief durch und versuchte, sich zu entspannen. Nach einigen Minuten bemerkte er, dass das Fliegen gar nicht so schlimm war, wie er dachte. Er schaute aus dem Fenster und war fasziniert von der Schönheit der Wolken und der Erde unter ihm. Nach der Landung fühlte sich Martin wie ein neuer Mensch. Er hatte seine Angst überwunden und war bereit für seine Reise nach New York. Ein paar Wochen später bestieg Martin mit Lena an seiner Seite ein Flugzeug nach New York. Die Reise verlief reibungslos und Martin konnte nicht glauben, wie viel er in der Vergangenheit verpasst hatte. Er war nicht nur stolz auf sich selbst, sondern auch dankbar für Lenas Unterstützung und die neue Perspektive, die er auf das Leben gewonnen hatte. Von da an war der Himmel nicht mehr das Limit für Martin. Es war nur der Anfang eines neuen Abenteuers. Das große Fest Es war einmal eine kleine Stadt namens Hohenfeld, die inmitten von grünen Hügeln und dichten Wäldern lag. Hohenfeld war bekannt für seine Traditionen und eine der bekanntesten war das jährliche Stadtfest. Anna, eine junge Frau mit leuchtend blauen Augen und lockigem braunem Haar, war neu in der Stadt. Sie war erst vor ein paar Monaten aus der großen Stadt hierher gezogen, um ein ruhigeres Leben zu führen und ihrem Traum zu folgen, ein kleines Café zu eröffnen. Sie hatte von dem Fest gehört, aber sie hatte noch nie daran teilgenommen. In den Wochen vor dem Fest war die Aufregung in der Luft zu spüren. Überall in der Stadt wurden Vorbereitungen getroffen, Straßen wurden geschmückt und es gab sogar Proben für die große Parade. Anna wurde von ihren neuen Freunden, Katharina und Lukas, dazu überredet, sich an den Festlichkeiten zu beteiligen. Sie beschlossen, gemeinsam einen Stand aufzubauen und Annas berühmten Apfelkuchen zu verkaufen. Am Tag des Festes wachte Anna auf und fühlte sich aufgeregt und nervös zugleich. Sie hatte in der Nacht zuvor bis spät in die Nacht gebacken, um genügend Kuchen für den Stand zu haben. Katharina und Lukas halfen ihr, den Stand aufzubauen und alles für den großen Tag vorzubereiten. Bald füllten sich die Straßen mit Menschen. Es gab Musik, Tanz und jede Menge leckeres Essen. Annas Kuchen war ein Hit. Schon bald bildete sich eine lange Schlange vor ihrem Stand und sie verkauften fast alle Kuchen. Während Anna beschäftigt war, bemerkte sie einen jungen Mann, der sie aus der Ferne beobachtete. Er hatte dunkles Haar, trug eine Brille und hatte ein schüchternes Lächeln auf den Lippen. Anna fühlte sich zu ihm hingezogen, aber sie war zu beschäftigt, um ihn anzusprechen. Als der Abend hereinbrach und das Fest seinen Höhepunkt erreichte, näherte sich der junge Mann dem Stand. Hallo, sagte er schüchtern. Ich bin Felix. Ich habe deinen Kuchen probiert und er ist wirklich lecker. Anna lächelte und dankte ihn. Sie kamen ins Gespräch und fanden bald heraus, dass sie viele Gemeinsamkeiten hatten. Felix war auch neu in der Stadt und suchte nach einem Neuanfang. Die beiden verbrachten den Rest des Abends zusammen, tanzten, lachten und genossen das Fest. Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die sich später zu einer tiefen Liebe entwickelte. Als das Fest zu Ende ging, spazierten Anna und Felix Hand in Hand durch die leeren Straßen von Hohenfeld. Es war ein magischer Abend, an den sie sich immer erinnern würden. In den folgenden Jahren nahmen Anna und Felix jedes Jahr am Stadtfest teil. Aber für sie war das erste Fest, bei dem sie sich trafen, immer das Besondere. Es war der Beginn ihrer gemeinsamen Reise, voller Liebe, Abenteuer und unvergesslicher Momente.